Hi, na, wie geht's? Ja, ähm, heute mal eine kleine Frage-Runde, Runde, vor allem Runde, wieder mal Papierkram, die letzten paar Folgen waren ereignisreich, würde ich sagen, es gab viel Neues, es gab viel, äh, sehr viel keine Musik, gut gedeutscht, ähm, äh, warum auch immer, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt in Lostrick genauso war, dass da keine Passivmusik lief, oder ob ich nur die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche gehört habe, keine Ahnung, was da los war, aber zumindest habe ich in der Untotensiedlung entdeckt, dass da Totenstille herrscht, äh, 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 okay, äh, ja, Frage-Runde, ich habe ja von den letzten paar Folgen mir ein paar Fragen, äh, gefunden, die ich im Spiel habe, zum Beispiel zu der Großaxe, oder irgendwas dort zur Untotensiedlung, ne, die habe ich mir mal aufgeschrieben in der Freizeit, und währenddessen habe ich noch endlich mal meine Taste für schwere Angriffe an Waffen, auf die Taste Q gelegt, ach, das ist das, was ich gesagt habe, tadaa, jetzt kann ich mit dem Schwert stechen, schwere Angriffe, und das beste schwere Angriffe brauchen nur Ausdauer und keine FP-Punkte, cool, ne, kann ich mit dem Schild eigentlich mit schweren Angriff, geil, okay, äh, ja, Clemo am Apparat, ich habe Fragen an dich, hallo, wie geht's? hallo, 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 ah, ich habe dich gehört, jetzt haben wir dich gehört, und, und, wie geht's? ganz, normal, okay, ja, okay, ähm, solange du nicht mit der Stimme untergehst, und weiterhin laut und deutlich reden wirst, wird es keine Probleme für dich geben, äh, ach, dann, Fingerknacken, ach, was ist mir gerade die Drohung, oder? nein, ähm, ich habe Fragen für dich, und zwar, äh, während ich frage, versuche ich mal hier ein bisschen herumzulauchen, damit das Gameplay nicht zu langweilig wird, Frage Nummer eins, wer war der kleine König auf dem großen Thron noch mal da hier schon, äh, äh, ja, im Feuerbandschein sitzt, ja, äh, Moment, ja, kenn ich ihn, hab ich den vorher schon gesehen, oder, oder hab ich den nur wieder vergessen, ich meine, war er schon immer hier? ja, 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 war er schon immer hier, ich habe ihn vermerkt, aber auch nicht, am ersten Mal spiele ich ihn auch nicht so freund, wie sie ihn, ich muss ja nicht, dass er da halt noch tut, ich meine, hab ich schon mit ihm geredet, oder? das weiß ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr, das müsstest du wissen, das weiß ich nicht mehr, das müsste ich wissen, okay, äh, 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 weißt du nicht mehr, Mann, ähm, 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 kann ich, ja, wegen Krairath, ich glaube, ich hab letztens, äh, ein Knochen gefunden, kann ich was weiter folgend falsch machen, wenn ich jetzt Krairaths Mission weitermache, ich meine, muss ich das mit ihm sprechen, muss ich erst die Untoten ziehen, muss ich mit ihm sprechen, wenn ihm ein Knochen gehen, oh, okay, dann gehen wir mal zu ihm, hier, Werbung pur, übrigens, ich habe die Punkte, äh, die Punkte, die Tasten für, äh, ne, hier, wir haben ja unten links, äh, unten rechts, unten links, was laber ich, ich habe ja unten rechts, äh, vier Felder, ne, einmal für Flasko, äh, mit dem Estus-Blakon, wenn ich das Rad, Mausrad runter mache, ne, Wurfmesser, da wechsle ich, oben habe ich die Zauber, ne, da muss ich nur Mausrad hoch machen, aber für den Schild links und für das Schwert rechts habe ich die Tasten auf meine Maustaste gelegt, auf meine, äh, weiteren, wisst ihr noch, die Maus, die ich mir besorgt habe, die Seitentasten hat, für Mordhauen, das ist die gleiche, was? also, das ging jetzt, also, das ging an alle, die Frage, äh, ich habe jetzt die Tasten, also, ich habe die zwei Felder links und rechts jetzt mir auf die Maustaste gelegt, und jetzt kann ich einfach ganz kurz reden, ich mache einen Wechsel, ohne die Hand von der Maus zu nehmen und die Pfeiltasten zu drücken auf der Tastatur, cool, ne? äh, ok, Kreiras, hallo, seid gegrüßt, so sieht man sich wieder, wenn ihr seid wohl behalten, dann bin ich wohl an der Reihe, ja, das macht jetzt gut, ah, Knochen vom Loretta, oh, warte mal, was sagt eigentlich die Gegenstandsbeschreibung? ja, ja, gebt euch wohl und gebt euch acht, naja, dieser Ort würde mich anrufen sein, wenn es nichts zu tun gibt, ja, ja, ok, so, äh, Inventar, ne? ein, hier, menschlicher Knochen mit mehreren Löschschern, Knochen vom Loretta, einmal Gegenstand, Anteil getragen, eins von 99, äh, warte mal, Gegenstand zum Buch, alter, farbloser, menschlicher Knochen mit mehreren eingebohrten Löchern, ein weiblicher Leich, blablabla, ein weiblicher Leichnam ist in der untoten Siedlung gefunden worden, der diesen Knochen fest hielt, ihr Name war Loretta, die Leiche oder der Knochen? äh, okay. äh, okay. äh, äh, kriess man sich wieder nach... Knochen vom Loretta hergeben? Knochen vom Loretta hergeben? äh, den kann ich jetzt geben, ne, ich meine, sollte ich am besten jetzt machen, okay. Ah ja, ich drücke nicht Enter. Ja. Mein Beileid. Okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh ja, mein Beileid. Also, ich dachte, es kommt eine Dieb hinter Kunststorie oder so, aber ja, mein Beileid. So, Gegenstand kaufen. Hast du jetzt was Neues für mich im Angebot? Ach, nicht. Oh, okay. Moment, die Gegenstände, die er zum Verkauf gibt. Äh, wechseln die sich oder bleiben die immer gleich und würden und es werden nur neue dazu hinzugefügt? Ja, wir haben nur zwei Gründe neu hinzugefügt. Okay, es wird neu hinzugefügt. Oh, ich habe jetzt zum Beispiel dreimal Glut, die ich kaufen kann. Ist der Vorrat nachgefüllt oder? Äh, ich bin nicht oder ich bin eigentlich froh. Oh, du kannst auch neue Glut kaufen. Ja, für 500 Seelen mehr. Bei der alten Omi da. Okay. Okay. Wir haben einen Vorrat, wenn ich weitergeheirat. Ach so. Okay, das hat... Das ist interessant, wenn er nachfliegt. Aber der Retter nur, wenn er nicht besser war, ist meine Frau oder seine Großmutter oder sonst jemand. Oh, hast du Dark Souls schon durch? Dark Souls 3, ja. Oh, okay. Habt euch wohl und gebt auf euch acht. Ja, okay. Ja, mein Beileid kann er raten. Aber hey, ich habe jetzt einen Ring, den ich erfolgreich nicht abgeben konnte. Halt, nein, Ausrüstung. Äh, ja. Ja, blauer Tränensteinring. Erhöht Schadensverwinterung bei geringem TP. Okay, das sieht halt an. Boah. Ja, wohl schon neun Minuten. Boah, das ging doch schnell. Äh, aber okay. Amakairat, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. Seine Reaktion darauf war... Zweideutig. Ähm. Okay, sagen wir mal, Amakairat, und dabei belassen. Belassen wir es mal. Äh, kein Grund, äh, in Wund herumzustochen. Ähm. Okay. Wenn du wieder mit der Feuerbrandschrein eingeläst, dann kannst du davon mit mir reden. Und jetzt gibt es nicht? Ah, Moment, die Mission ist jetzt sozusagen verendet. Goodbye. Nein. Nein, ich meine die jetzt mit der Loretta und dem Ring. Ja, aber. Ah, es gibt neue Missionen. Das heißt, wenn ich rausgehe aus dem Feuerbrandschrein und wieder reingehe, per, per Leuchtfeuer, dann, äh, kriege ich eine neue? Kann, kann man so sagen. Dann geht es einem nicht nur, halt weiter. Oh, okay, das mache ich dann. Äh, okay, weiter mit der nächsten Frage. Ja, das dauert mir wieder raus, die können wir vielleicht reingehen. Ja, nee, das dauert zu lange. Ähm. Okay. Aber ich meine, das, äh, das Leuchtfeuer, das, das muss ich, also ich meine, ich muss, na, ich sozusagen an ein anderes Level reinreisen. Nicht zum Beispiel in das erste Leuchtfeuer, was ich vor der Tür da gefunden habe. Ähm. Das weiß ich auch nicht. Okay, äh. Dann haben wir auch den hier, oder du, dann kann ich das halt wiederholen. Ja, okay, mache ich dann mal gleich. Ähm. Folgendes. Die nächste Frage bezieht sich jetzt passend von der Reihenfolge her auf den nächsten Typ, den ich neuerdings gefunden habe. Und zwar, was hat es mit dem schildgrüten Rücken-Typie auf sich? Was bringt er mir? Hast du ihn geredet? Nein, den muss ich noch finden. Ich bin hier gerade dabei, aber sag noch nicht, wo der ist, den finde ich selber. Okay. Dann kannst du es erklären, okay. Ähm. Oh. Ist er da? Oh. Hab ihn. Das ging ja schnell. Okay. Oh, da ist einsam in der Ecke. Okay. Ähm. Je. Was bist du für einer überhaupt? Okay. Also, ich rede mit dir. Oh, unser Junge, der ist willkommen daheim. Okay. Der Pilger in seiner Todesschuld ist das Glanz der heiligen Flamme kaum würdig. Sehr glücklich darüber. Und es wäre noch weniger, hättet ihr mich nicht aufgenommen. Dafür ist euch mein aufrichtiger Dankgewiss. Ebenso wie meine treuen Dienste. Warum sagst du, dass du fitzter düsterisch bist? Ah. Julian von Londor. Wahre Stärke entfalten. Gegenstand kaufen. Oh. Moment, Moment, Moment. Gegenstand kaufen. Oh. Zauber. Zauberschild. Oh. Warte mal, ist das dieser Zauber, von dem ich mal gesprochen habe. Oh. Ich glaube. Wie bitte? Das ist mein kleiner. Oh, Zauberschild, das ist, äh, das kann ich gleich mal erwähnen. Äh. Zauberschild, das ist, äh, ein Zauber, den ich auf der Liste hatte, sage ich mal. Von Gegenständen, die ich im Spiel unbedingt haben möchte. Und zwar, äh, versteckt, ja, wie schon die Beschreibung beschreibt, versteckt dieser Zauber, äh, den Schild. Und die, äh, hier, Stabilität und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, äh, das Ding möchte ich auf jeden Fall haben. Aber noch, ja. Verstärkt, naja, ergibt hier elementare Resistenz. Ja, sogar, versteckt, wie gesagt. Verstärkt. Ja, versteckt, versteckt. Genau, versteckt, den Schild, so. Ups, das kann ich mich auch. Oh, auf jeden Fall. Ähm. Den großen Zauberschild, Zauber, den möchte ich gerne haben. Und zwar gibt er mir nämlich, äh, noch mehr, äh, verbesserte Attribute für mein Schild. Was denn eigentlich schon OP macht. Finde ich, ein Zauber. Weil der ist so super. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf YouTube hier, äh, euch zu diesem Zauber informieren. Auf jeden Fall, der ist echt abgefahren. Den möchte ich auf jeden Fall. Und diesen Zauber hier brauche ich 10 Intelligenz. Ich habe 9. Okay. Tauber Waffe. Verstärkt, gerechte Waffe mit Magie. Ne, das Ding möchte ich tatsächlich nicht. Ich möchte hier diesen, dieser, wie heißt das auf Deutsch? Geheiligte Klingel? Also, was das macht, möchte ich nicht spoilern. Auf jeden Fall ist es sehr praktisch. Sehr praktisch bei einem gewissen Gegner. Nein, 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 nichts kaufen. Oh mein Gott, nein. Alter. Ja, das Ding ist nicht schlecht. Also, du, wenn du das Spiel hier ein Geheiligte Klingel kriegst, dann wirst du dann auch nicht mit dir für die spezielle Gegnergruppe aufzufinden. Ja, toll. Ach, hey, einfach mal, um es zu zeigen, okay? Äh, so. Ich sehe hier gerade wahre Stärken. Moment, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, das Finsterzeichen. Lasst eure wahre Macht erschallen. Schein. Schrein. Ähm. Verstärken. Verstärken. Bietet mir an, ein Level kostenlos aufzuleveln? Ja. Äh, es hat dann bei den Geburtenpreis. Äh. Sollte ich wissen, was das für ein Preis ist, oder ist das eher egal? Es ist nicht egal, weil es hat das Klux an Typo erhöhen. Aber das ist unverantwortlich, also ist das egal. Was für ein Attribut erhöhtes? Und alles dahin. Und wenn du nicht Rüstung trägst, dann kann dir das egal sein. Wenn ich denn nicht was? Wenn du ständig Rüstung trägst, also wenn man dich nicht nackt sieht. Okay, was macht Klux überhaupt? Es wirkt aus Flutungs- und Giftaufbau, denke ich, wenn ich mich richtet einmal. Also Assistenz? Assistenz? Weiß ich nicht. Oder Klux oder Blutung was? Blutungs- und Giftaufbau. Blutungs- und Giftaufbau, ach so. Ähm... Was will er von mir? Will ich dir ein Level-Up anbieten? Warum? Wofür? Wofür? Ich habe ihn gerettet. In 0-1. Ähm... Was weiß noch mal, ein 9-10-0-1 gegeben? Ich habe ihn von der Straße geholt. Ja, wie ein Kätzchen. Ähm... Was habe ich ihn adoptiert? Ich habe ihn adoptiert. Okay. Ich habe eine Schildquote von der Straße adoptiert, aber... Hat das jetzt ein Negat... Also... Was passiert, wenn ich Level-Up annehme? Ja, wenn du Level-Up kannst. Was hast du schon gesagt? Ich sag mal so, ist es gut, wenn ich es weiß? Oder ist es egal? Es ist eigentlich egal, aber es ist wichtig für... weitere Level-Ulabs und... eine Mission. Okay. Ähm... Weil ich noch mal Fragen habe. Soll ich das Level annehmen oder nicht? Ja. Ja. Es ist ein Gratis-Wenn. Also... Ja. Okay, aber... Die weiteren... Darauf folgenden Konsequenzen, sind die für mich negativ oder... positiv? Kann drauf fragen. Wie finde ich das gut, dass sie... Ich sag's mal so, kann ich da was falsch machen? In der... In der Gampenrechte? Ja. Ja. Okay, sollte ich die Quest machen? Ja. Okay, warum sollte ich die Quest machen? Weil ich bestimmte Gegenstände und ein bestimmtes Ende. Was meinst du mit bestimmtes Ende? Das Spiel hat mir alle Ende? Das Spiel hat mir alle Ende? Ja. Das Spiel hat mir alle Ende? Ja. Das Spiel hat mir alle Ende. Ja. Echt jetzt? Ja. So wie Fallout 4 oder... Äh... Oder wie Nier Automata? Ja, Fallout 4 hat mehrere... Es ist schwierig zu sagen, was das gute Ende ist und was das böse Ende ist. Okay, wenn ich seine Missionen beende, was hätte ich da für ein Ende? Es ist schwierig zu sagen, ob das das gute Ende ist oder... Okay, was... Äh... Ich meine... Ähm... Ähm... Wenn wir das Spiel weiterspielen, dann wissen wir es ja schon. Äh... Und immer noch mal das Spiel jetzt wieder am Gesamtsein zu sehen, wie du dich... Ja, wie du dich verbesserst und so. Und... Ich meine, ich wollte... Äh... 20 Minuten... Ich wollte jetzt nicht... Ich hab... Ich hab noch... Keine Ahnung... Sechs weitere Fragen, die ich doch durchgehen möchte. Das heißt, ich würde halt jetzt haben wir abhandeln und so. Also mir passiert da aber nichts. Du könntest aussehen wie eine Rosine. Was? Nein... Akustisch was? Du könntest aussehen wie eine Rosine. Hä? Okay, ich stecke schon... Keine Ahnung... Zwei Minuten unter diesem Bildschirm herum. Äh... Äh... Wie meinst du, dass ich sehe aus wie eine Rosine? Ja... Du könntest aussehen wie eine Rosine. Zivilele Hülle aussehen wie eine Rosine. Bin ich keine Hülle? Nein, ich bin eine Häuschenasche auf zwei Beinen. Äh... Warum könnte ich so aussehen wie eine Rosine? Ich würde... Sag mal so, wenn du acht genug stirbst können, wirst du aber mal... ... wie eine Rosine gar aussehen. Warum... Warum... Warum sehe ich jetzt nicht aus wie eine Rosine? Warum sehe ich jetzt nicht aus wie eine Rosine? Nein, Moment. Ich... Wie sind jetzt hier gerade hierbei? Ich könnte später hierbei aussehen wie eine Rosine. Äh... Wenn ich sterb... Wenn ich oft sterb... Warum sehe ich jetzt noch nicht aus wie eine Rosine? Weil die Mission auch nicht angefangen hat. Das ist nur für euch sehr schwer. Warum sehe ich dann aus wie eine Rosine, wenn ich bei der nächsten Mission, die ich von ihm annehme, nachdem ich den... Nehme ich mal an, das freie Level abbekommen habe. Äh... Ich habe den Faden verloren. Warum sehe ich denn aus wie eine Rosine? Weil der halt dann eine Hülle von der Hülle gerade wird. Werden könnte. Während ich seine Mission mache. Ja. Warum? Äh... 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 Jaa... 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 Infiziert er mich mit irgend so einem Hüllen... Virus? Kann man sowas sagen... Wenn ich die Mission annehme? Jaa... Aber das heißt nicht durchstehen... Du kannst dann dann... ...durch ähm... ...irren die Aufführung, kannst dann wieder ins Plane. Moment... We- also welch... Warte mal... Im Fort... Warte mal... Ab wenn ich die Mission annehme, werde ich ab einem gewissen Punkt bei einer Mission eine Hülle immer mehr und mehr werden, wenn ich sterbe, oder wenn ich sie sofort annehme? Ab da dann. Und wenn du die halt annimmst, dann stirbst du. Was tun? Ich bin ich gar nicht. Moment. Also ich meine, wenn ich das selber abnehme, dann passiert mir nichts. Okay, dann nehme ich mal einfach erstmal eins nach dem anderen, ich nehme das selber ab. Was ist denn für deine Intelligenz? Jetzt habe ich mir auch schon gedacht, ich brauche nur noch einen Punkt, ich habe neun Punkte und ich brauche zehn, weil dann könnte ich mir den Zauber leisten. Das wäre der allererste Zauber, den ich verwenden könnte. Allerdings brauche ich einen Katalysten und ich glaube, ich habe einen. Ich habe keinen Zauberstab, ich habe irgend so einen, keine Ahnung, Stoff bei Fetzen oder so. Von ganz am Anfang glaube ich, da habe ich irgend so was bekommen. Einen Talisman? Einen Talisman, genau. Das braucht man für Wunder, nicht für mein Team. Passt auf euch auf, Aschemeister. Äh, Aschemeister, was sehe ich für dich aus wie ein Aschebecher, Junge? Aschemeister, das kommt mir jetzt erst so vor, das klingt für mich jetzt erst wie so ein Aschebecher, Aschemeister. Ja, keine Ahnung? moment ausfüsten nein ich bin schon ich will ja wechsel ich habe mir letztens die kauf gut ja habe ich schon gehört ich suche meinen katalysten gerade moment moment ich schaue gerade nach ob ich den vielleicht eingelagert habe irgendwo unter dem brennenden schwert dort lagerkiste organisieren aha heilige kleriker glocke mit dem kann ich den magischen schild nicht wirken sagst du ok toll ich habe 3000 seelen hallo ja ich werde zurück also gibt mir seelen ja zu diensten sein ging schon kauf also habe ich ihn gesehen genau das ist im grunde eine feuchte nudel das schlägt zu wie eine feuchte nudel ok 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 ich glaube ich möchte hier vielleicht ähm, die Folge beenden oder sollte ich weitermachen? Das mache ich wie so eine Art Spechelfolge. Ähm, was ist eine Spechelfolge? Was? Was ist eine Spechelfolge? Okay, also, Damen und Herren, das wird eine Spechelfolge. Äh, mal gucken, wie lange die geht. Hoffentlich nicht eine Stunde, weil es sind schon knapp 30 Minuten, 28 Minuten, um genau zu sein. Äh, okay. Wie gut, wenn ich mir die Fragen stelle, kann ich nicht alle beantworten. Ah, jetzt habe ich noch mal Fragen. Äh, ist der Stab des Zauberers der leichteste, billigste Katalyst? Der leichteste, weiß ich, der Stabberer hat einen guten Zauberber. Ich bin mit 100 Cent angeboten, denke ich, wenn ich mich richtig dahin achte. Noch mal was? Ganz Zauberber. Baff Zauber steht hier 60. Und der Stabberer der Zauber steht noch mit dem höchsten Baff Zauber. Der Talisman, wofür ist der? Der Talisman ist für Wunder. Ich weiß, wenn du auch nicht schaden würdest, über Pizze verschließen musst. Die Kleriker-Glocke ist für Wunder, dieser Talisman hier ist auch für Wunder. Der Tauberstab ist für... Magie? Und die Feuerhand ist für Pyromantie. Ja, die Tauberstab ist für Pyromantie in der Tat. Hm. Stab der Zauberst, Gewicht 2. Äh, könnte ich mir leisten. Äh, ich weiß nicht. Ich habe gehört, als ich mich informiert habe, dass es einen Havelring oder so gibt, wenn mir mehr Gewicht gibt. Mehr Belastung. Mehr Belastung. Äh, wie lange brauchst du so ungefähr... Äh, wie lange brauchst du noch, um den so ungefähr zu bekommen? Du müsstest... 1, 2, 3 Gebiete durchqueren. Die kann man dann auch durchspitzen. Oh. Dann muss ich einen Minus-Minus-Boss bekämpfen. Moment. Und dann muss ich auch noch einen optionalen Boss bekämpfen. Äh, warte mal. Äh, warte mal. Äh, warte mal. Äh. Ähm. Welches Atribut gibt mir noch mal mehr Belastung? Ach, die Belastbarkeit, oder? Die Atribut Belastbarkeit gibt mir mehr Belastung, oder? Ja. 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 Ich habe zwei Kunden mehr, den Gratis-Level-Aufstieg für Intelligenz einzusetzen. Ja, mach doch. Mach doch mal. Sonst wird die folgenden Länderte. Okay. Stab des Zauberers. Ich nehme dabei mal dich. Wenn ich was leichteres bekomme, nehme ich halt den. Stab des Zauberers für 500 Seelen kaufen. Ja. Ja. So. Ich guck. Er ist verletzt. Aschina bringt mir doch wieder einige Seelen. Mhm. So. Dann. I-dol. I-lol? Nein. Schildkröten-Typ. Jo-el? 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 Ein Stab benutzen und ein Zauber, ne? Ja. Cool, das ist mein erster Zauber. Hey! So, bestätigen. Stufe aufsteigen? Ja! Level Up! Was passiert, wenn ich sprechen drücke? Wie ich bereits sagte, war ich ein Zauberer. Ach, wie gut, dass ich von dir Intelligenz lerne. Seite ist die Magie von Londor jedoch nichts gegen die Wunder von Winheim. Aber ich lehre euch gerne, was ich weiß. Du kannst nur zwei Zauber. Darüber hinaus. 3. Kann ich euch dabei helfen, euer volles Potential zu entfalten? Ja, mit einem Level Up. Okay, Dankeschön. Wir Pilger von Londor wissen nur zu gut, dass die Träger des Finster-Zeichens über eine besondere Macht verfüllen. Ich stehe in deinem Gesicht, glaube ich. Dabei winken! Oh! Oh! Cool, ich habe eine neue Geste gelernt. Noch was? Ich weiß, dass du kein Zauberer sagst. Ich lehre euch, was ich weiß darüber hinaus. Sonst werden wir halten. Besondere Macht. Oh, danke. Der ist was Neues? Seelen... was? Wir haben eine neue Lichtgegengegenstand. Seelen-Großschwert... 5 Zauber konnte er mir anbieten. Äh, 4. Jetzt kann er 5. Seelen-Großschwert, Moment. Äh... Moment. Be safe. Ja... Äh... Was hast du gesagt? Und dann eventuell gibt es jetzt... Weil wir unter den nächsten Schlüssel liegen. Und die Lichtgegengegenstand dazu das hier ist. Und dann geht es da. Das ist, denke ich da. Dunkels Siegel. Ja. Gefüllt mit der Ansammlung des Fluchs. Anzahl getragen 1 von 8. Ähm... Ist das was er mit Träger des Finsterzeichens meint? Der Träger des Finsterzeichens ist halt der Untotenfluch. Und was ist das schwarze Loch, was Alvin die Rose gesteckt hat? Ja... Ja... Eine Verstärkung vom Fluch oder so? Das kann ich nicht so genau erklären. Ich bin nicht quasi wie hier. Ähm... Aber... Wenn du jetzt einmal spürst... Dann solltest du eine Aushöhlung. Also... Da steigt sich deine Aushöhlung um 1. Steigt sich meine... Steigt meine was? Meine Aushöhlung. Steigt um 1. Wo zum Teufel sehe ich hier die Aushöhlung? Dein Profil? Dein Profil. Ja... Dein Profil. Warte mal. Wo zum Teufel? Hast du mir nicht gesagt, ich werde zur Hülle, wenn ich eine Mission annehme und sterbe? Immer mehr und mehr? Ja... Ich habe keine Mission von dem angenommen und du hast... Was habe ich denn für eine Mission angenommen? Moment, Moment, Moment. Nee, 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 nee. Ich habe den Typen... Nee, 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 dieses Finsterding. Das... Nee, das habe ich jetzt, nachdem ich mit ihm hier gesprochen habe. Nein. Oder... Oder als ich das Level genommen habe. Ich habe den Level abgemacht. Ich habe den Level abgemacht. Willst du mich veräppeln? Nein. Hast du nicht gesagt, ich werde zur Hülle, wenn ich eine Mission annehme? Das habe ich ja jetzt nur Grund geschaut. Was für eine Mission? Ich habe den Level abgemacht. Ja. Was für eine Mission soll das sein? Ja. Hä? Willst du mich ver... Wenn du mit dem 4 Level abgemacht hast, kannst du noch manchmal 4 Level abgemacht machen. Auf Kassenlose. Und dann hast du nach 4 Level abgemacht. Wenn du mit dem 3 Level abgemacht hast, soll ich halt 7 gehen. Kann ich davon 8 haben? Ja. Wenn du die bisschen weiterfühst, kann die mit dem Siegfest sein. Ich habe 8. Warum zum Teufel sollte ich diese Dinge haben? Was hat das mit dem Ende zu tun? Und was... Weil... Nicht, dass du mir hier irgend so ein Blödsinn von Ende hier auftischst. Was mich am Ende überhaupt nicht zufrieden stellt. Was hier den ganzen Durchrennen... Was mir das Gameplay hier sinnlos macht. Ja. Und das erste Tag haben wir erstmal 5 Grad geschlagen. Und... Ja. Du kannst halt neue Gegenstände kaufen. Ja. Und... Und... Dunklen Wunder lernen. Das andere Dinge, die wir versuchen an den anderen einigen. Und dann kannst du die anderen aufhörigen. Alle andere Dinge zu hören. Und du kannst die andere denn nicht machen. Bis hier ist die ein bisschen weiterkommen. Und... Bisschen weiterkommen, in welchem Sinne? Und... Bisschen weiterkommen, in welchem Sinne? Ein bisschen weiterkommen, in welchem Sinne? Ein bisschen weiterkommen. Achso... Okay... Ein bisschen weiterkommen. Achso... Ähm... Okay, andere Frage. Ist es schlimm, wenn ich diese und meine呵kend verhe, Diegel in der Hosentasche trage und ist das eher vorteilhaft für mich. Kann vorteilhaft sein. Kann vorteilhaft sein. Ja, wegen dem Glück. Wenn du halt ne Waffe mit nem Hülle in den Stein sauberst, dann steigert dein Glück um. Wenn du, denke ich, 30... Ich weiß nicht, wie das war. Wenn ich 30 was habe. Wenn ich 30 was habe. Wenn ich 30 was habe. Okay. Red mal mehr an deinem Mikrogerät dran. Ich weiß nicht, wie gut man dich versteht. Ähm... Okay. Das Ende, was ich am Ende bekomme. Ist das... Uh? Ich meine... Verdammt. Ich kann jetzt nicht einfach fragen, was dann passiert am Ende. Äh... Kann ich was gegen die Hülle... ...das Hülle-Laser machen? Ja. Und was? Du kannst halt einfach welche... Ähm... Ich weiß nicht, wie es hieß. Solche Steinchen kannst du kaufen, die halt die Hosentasche entfernen. Was? Was kommt dann? Was kommt dann? Die Hülle-Lasche Stein, halt 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 die... Ausfüllung auf den Hüllen senken. Moment mal. Das hat keine Ahnung. Äh... Was passiert mit den Siegeln? Das heißt, wenn ich 8 Siegel habe... Verhalte ich die 8 Siegel? Du kannst ja auch... ...später ein Feminal-Ambat sein. Wie kriegst du die Mission ab? Was ist da noch? Hat das irgendwelche Debuffs auf mich, wenn ich hier mehr Siegel sammeln? Au... 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 Abgesehen davon, dass ich... Wie ne... Wie ne... Rosine? Wie ne Rosine aussehe? Rosine. Achso, das ist nur optischer Natur. Ja, ja. Ich sag kurz 1 oder 2... Oh, okay... Äh... Okay... Äh... Okay... Keine weiteren Fragen. Okay... Keine Fragen? Ja... Äh... Also was bringt der mir nun? 5 Level-Ups und hier... Items. Ja... Und dunkle Wunder... Ja... Und dunkle Wunder... Ja... Und euch noch eine... Und dann ist das jetzt vorprogrammiert dann? Man kann es halt mal in der heutigen Woche... ...nach... 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 So, jetzt guck ich mal... ...во hier Oder war das, was du von mir erzählt hast? Nix. Und am Level? Und am Level? Ja, der Outlook war sehr romantisch. Fest. Wenn du noch nur aufbildern hast, wird das, denke ich, noch nicht angezeigt. Okay. Dunkel Siebel, oh. Okay, also wenn ich die Questline abgebrochen, also beendet habe, kann ich auch die Siegel wegmachen. Dann bin ich wieder schön. Ja. Okay. Okay, ja. Soviel zu dem YOLO-Mann. Nächste Frage. Ah, jetzt muss ich wieder hochrennen. Ich hoffe, das ist auch so interessant für die Zuschauer, wie es interessant für mich ist. Ähm. Ich bin müde. Äh. Wo war der Typ? Ty? Ihr Augen schenkt. Hä? 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 Äh. Der Typ ist verschwunden? Äh. Also, folgende Frage, wer war der Typ, der Typ, der Tüße, wer war der böse Typ, der sich am Thron lehnt und mir Augen gibt? Ähm, ja. Weißt du, wen ich weinete? Da hat sich ja am Thron dessen letztes gelähmt. Wo ist der hin? Ich wurde hin, das weiß ich, ich denke, Leute, mit denen wir auch nicht weit kennen. Ja, ich sehe auch gerade, der andere Typ, der Rittertyp, ist auch hier weg, da ist sonst immer hier saß. Ach, der ist womöglich draußen. Da ist ein Grab. Da, wo der Hund ist draußen. Ah, okay. Okay, Moment, mach ich gleich. Ähm. Also, diese eine Augentype ist jetzt weg. Soweit, ja. Also, ich meine, ist der hier im Feuerschrein, oder? Was? Ist der hier im Feuerschrein irgendwo, oder ist der ganz weg? Ganz weg? Er ist, weil ich weiß nicht, irgendwo im Feuerschrein. Nö. Da kommt noch jeder. Ach so, okay. Wann kommt jetzt dann, ist der, also... Wann ist er da auch hin und her im System wie, 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 wie die Feuerschreinhüterin? Mal steht sie, mal sitzt sie und so? Hm, hm. Du nicht. Also, entweder steht er dort oben, oder er steht dort nicht? Ja. Ja. Oh, okay. Ja, das, das war, die Frage war schnell gelöst. Äh, gibt es, ja, gibt es weitere Missionen, die ich im Feuerschrein jetzt verpassen könnte? Ähm... Also, mit den E-Kretypen hast du ja geredet. Mit wem? Mit diesen E-Kretypen, der da halt. Der rittet, dass die ganze Zeit an der Treppe ist auf? Ja. 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 Ja, den meinte ich gerade, da hat er... Ja, mit dem E-Kretypen geredet. Okay. Ja. Da draußen sitzen. Moment, ich glaube, die Umgebung draußen muss erstmal noch laden, durch diese PNG Nebelwand, dieser... Wow. High Definition Immersion. So. Äh... Wo der Hund war, okay. Dann... Mausdruck. Äh... Maustastendruck. Dann... Das gleiche Luft, denn ich werde mal wieder in den Babaschen strengeln, und hätte von mir in den Feuerschrein reden. Wie bitte? Wenn du aus dem Haarabend ein Schiff ausfüllungsprojektierst, und dann... da hat dich in die Unterhöhung teleportiert, dann könnte ich noch mal mit dem Feuerschrein reden. Ah, ja. Moment... Mich fällt gerade auf. War das dein Hund? Ich denke nicht, dass das heiler war. Okay, weil der hing mir kurz zwischen den Beinen. Hallo! Oh, da ist ja ein Schwert! Am Grafenstein, okay. Hi! Armen vertreten Siegen. Doch du ist eine Legende, der Fluch kennt keine Gnade. Ach ja, entgegen. Was für eine Schande. Was war's? Das Schwert kann ich nicht... Nein? Wen er hier betrauert, weißt du auch nicht. Wie bitte? Wen er hier betrauert, weißt du auch nicht. Ja, vermutlich wegen dem Schwert. Okay. Ist das ein Lostrik-Ritter-Schwert? Äh, ich kann das mal... Oder so ein Lostrik-Ritter-Großschwert? Das kann ich später sagen. Oh. Ja. Okay, 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 okay. Ich hab nichts gehört, ich hab nichts gefragt. Okay. Zu viel zu den Leuten hier zu kommen. Also hier kann ich keine weitere Mission jetzt annehmen. Außer wenn ich mich jetzt teleportiere. Ja. Okay, dann machen wir doch mal jetzt. Aufzuspringen, Junge. So. So. Dann. Reisen. Toten Akada... Nein. Ju... Nudex Gündir? Judex Gündir. Okay. Latex Gündir. Ähm. Was? Ähm. Ja, dann wäre die nächste Frage. Ist die dunkle Großachse gut? Ich habe, als ich die Mimil getötet habe, nachdem sie mich gegessen hat, ähm, habe ich... Also meinst du jetzt die abkundige Streitachse oder eine dunkle Großachse? Ähm... Ich hab doch nicht... Ähm... Ich hab eine abkundige Streitachse gefunden. Ich hab doch mal den... Die macht, denke ich, eine Mehrschaden, um deinem Luft zu verschwört. Äh... Die macht auch dunkel Schaden? Ja. Wunderbar. Jetzt sind halt auch recht viele Gegner schwach gegen Dunkel. Ohhhh. Und ich bin... Ich hab doch mal alle vor. Toll! Wow... Also... Da hätt ich mit der Axe den Wort leichter klatschen können oder was? Da hätt ich dem sozusagen ne zweite Po-Spalte geben können. Ja, ähm, großer Gründer, den hab ich mit dem Textbaumharz gelegt. Was für ein Blitzbaumharz? Ich hab überhaupt gar kein Blitzbaumharz. Oder kann man das bei der Dame da kaufen? Ich hab das noch nicht gefunden. Habe ich das gefunden? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, nein. Ich habe verkohltes Kiefernharz, ich habe goldenes Kiefernharz. Oh, fügt Waffe der rechten Handwitz hinzu! Ooooooh! Ooooooh! Okay. Ah, ich muss hier hochholen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Typ noch immer hier draußen? Warum der Hund ihn eigentlich nicht angreift, frage ich mich. das dass das also das ist hier rieden würdig würde ich mal sagen und der typ ist immer noch weg der feuerbahn schreibe ich bin da ja das ist der wieder ja das ist der könig das ist der ritzer ich hab doch nur neue geste ne was passiert wenn ich mich für ihr verbeuge ach die verfolgen sich auch cool ja konnichiwa oder so was wollte ich genau ach das sei das sein gut zipfel ich dachte da wollte ich nach unten und hält nass in der hand hallo schweigst du meine kürze sie war schon zusammenrollen hoch das ist mal wenn du mit ihm redest was zu kaufen empfehlen was wenn du dich mal mit ihm redest ich würde mich stark empfehlen von ihm mit zu kaufen die du halt noch wenn du willst weil ich würde dann für kurze Zeit nicht erhältlich sein wann dann wenn du das spielst wenn du redest und dann weg gehst was heißt für kurze Zeit wenn du was tötest du bist der gitter na toll und wie viel seelen brauche ich dafür ungefähr wofür warte mal bin das sonderbare gegenstehen oder habe ich die schon alle gesehen ich weiß nicht nur was bei ihm kaufen würde ich ich empfehle das halt nur so was lasst du dir in den langen einen Tadierschild aufnehmen oder was oder will die gut bomben gut bomben nutze ich gerade eh nicht gut habe ich zwölf stück ja dann ok mal gucken reisen judex gündir judex gündir ok wegen des ritter schlechter feinde verlieren wir ab während der Ausdauer oh oh jetzt ziehe ich mal mein schwert weil ich außerhalb des hauses bin ok kann werden dass ich vielleicht die folge ab und zu schneide da wo enten zwischen die ganze kann aber nichts passiert so so noch kommen ja äh ok die achse ist scheinbar zurzeit besser ok dann sollte ich die vielleicht öfters nehmen jetzt äh ist der claymore eine gute waffe ja definitiv ja ja gut ok hallo wie geht's ha da seid ihr ja ich habe nachgedacht da wie ihr wisst bin ich ein kleiner Libia vielleicht ist es an der Zeit auf Beutepang zu gehen oh wow sie sind ohnehin alle tot oder zur Hülle geworden also bespricht nichts dagegen euch ein paar Waffen unterschätze zu beschaffen so nun sagt ihr dazu gibt es eigentlich noch lebende Plündern schicken kann ich ablehnen und von ihm kaufen ähm ich meine kann ich dann wieder ihnen wieder Plündern schicken das war ich nicht das war ich nicht das war ich nicht das war ich nicht schön wenn das euer Wunsch ist werde ich gehorchen oooh aber ihr könnt es euch jederzeit anders überlegen oooh ok das wollt ihr hören danke für die Antwort demnir du musst schließlich in Form bleiben ja gut du bist kein Dieb du bist dann eher ein Plünderer so hast du was hier Neues nein gibt es hier was das ich will Bastardschwert nein ein Großschwert ne ist mir zu heavy ja gibt es hier billige Bomben sagst du 50 Sedien für eine Brandbombe sollte ich das Angebot nutzen ich muss ja in dieser Hülle 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 für den der einfach so mal aber ich weiss nicht wie im deutschen heißt und das ist von einer der Tramp-Tampal hier schulde kleiner Schild, Schild, kleiner Schild und kleiner Schild ich habe hier einmal den Faustschild und einmal den Elchgeweihschild oh, der Elchgeweihschild ist besser und günstiger aber das ist Kampal hier Schild hä? oh, der Faustschild ist ein Pariersschild ja das heißt, der hat die höchsten Parierframes ja deswegen kostet der, glaube ich, auch mehr ah, I see what you did the Entwickler ah oh, der kostet das Wetter gibst du noch was, was ich von ihm kaufen sollte? ähm, ich weiß nicht brauche ich wirklich Bomben oder so? Bomben brauche ich ja nicht, oder? die könnten müßlich werden bald brauche ich die in der untoten Schild? die können müßlich oder müßlich werden, also die sind nicht notwendig die fangern halt auch ohne Pampen ok, ich spare mir mal die Seelen uns und kaufe mir mal den Faustschild, ok? ok weil du es ja empfiehlst ja ok, Faustschild so soll es sein Faustschild für 2000 Seelen kaufen? ja so, jetzt bin ich arm so, jetzt darfst du gerne auf Beute zugehen sprechen was gibt es? habt ihr eure Meinung geändert? habt ihr eure Meinung geändert? habt ihr eure Meinung geändert? mhm, nein ach so ok, ich hätte mich auch gewundert dass er mir Sachen heran schafft, die ich auch kaufen soll hm als ob er selber nichts für sich dort findet ok, Sündern schieben, ok besten Dank ich werde euch nicht enttäuschen stimmt das? grirat grirat der dieb war einst in aller Munde also würde ich in der Tat nicht enttäuschen und das? bis ich in einer Zelle verratelte ok grirat grirat der dieb war einst in aller Munde verratel ok gehabt euch wohl ich breche vorerst die Zelte ab auf ein andermal macht er jetzt zu Puff und passt auf euch auf sonst wären meine mühren umsonst gewesen ja, kann sein, dass du mich eventuell äh als Rosine wieder siehst obwohl unter dem Helm sieht man das ja eh nicht oh, Hendo grüßt und sieht man sich wieder so, dass er nicht sehr gut erhalten oder so, dass er nicht weiter ja mein Beileid gegen Goretta mein Beileid gegen Goretta ich werde dich hier zuhören du bleibst hehehe der Schmied sagt glaube ich gleich schon gesagt ok also du sagst, dass Klamo ist eine gute Waffe ok 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 also noch drei Fragen woher muss ich überhaupt in der Untonsiedlung jetzt hin äh es gibt ja glaube ich zwei Richtungen einmal äh in Richtung weißt du das Erntedankfest dort mit der dicken Frau am Bau ja ähm da wo ich ungefähr ein Knochen äh gefunden habe den eine Frau hielt Loretta's Knochen oder keine Ahnung ich weiß jetzt nicht ob die Frau Loretta war oder ob der Knochen Loretta war auf jeden Fall vielleicht sogar beide vielleicht sogar beide äh aus ähm und zwar ui eine Stunde zwei oh das wird lange rennt dann ähm einmal ging es da so naja hinter den Baum weiter da gab es so auch ich sag mal äh eine Küche das diesbezüglich habe ich dann noch eine Frage äh und dann weiter hinter so also weiter in Richtung Küche da äh da war so ein Gang glaube ich eine zweite dicke Frau irgendwo am Ende des Ganges stand also nicht ein Gang sondern Gasse und hier auf mich geschossen hat ähm warst du schon in der Küche da ja diesbezüglich habe ich dann eine weitere Frage und dann geht es einmal rechts weiter rechts weiter Moment rechts weiter über die Brücke da weiter hinter ist da so eine Scheune und dahinter ist so ein Tor was ich öffnen kann ja in der Tat ja in der Tat ok das habe ich doch nicht geöffnet wohin muss ich denn links oder rechts rechts ist von der Schale der beiden Fass und auch vorne kann ich durch die Fasse durchräumen und daheim und weiter wie es überlebt kannst du dann halt erstmal einen Ring kriegen wenn er nicht die Pippe runterfällt und dann haben sie ja dann ist er und machen ok ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht von jemandem an dem was hier werden kann oder nicht hm ähm 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 ok es ist da wo die Küche war ja ok und jetzt folgende Frage wieso alles in der Welt war der Sonneneid in der Küche drei Fragezeichen ich weiß nicht ich weiß nicht ok das ging schnell wurde da jemand gegessen oder so ja vielleicht hat ein Krieger das Familie ist halt drüber gekommen die ist drüber gekommen die habe ich dort auch gesehen die habe ich aber noch nicht getrunken was bringt die heilt die ja wie viel ich weiß nicht wie viel aber normal würde ich sagen normal ok nicht zu leise ist ja nicht dass man dich wegen der Hintergrundmusik nicht hört ok höre diese Hintergrundmusik wirklich nicht hier auch äh in der Burg von Lothric nein boah da habe ich die ganze Zeit scheinbar Musik gehört und mir ist das nicht aufgefallen ok weil sie nicht erscheinbar sind nur die ganzen Scheine die haben die Hauptbasen die spielen Musik ok und also die Hauptbasen und Bosse haben Musik ok gibt es etwas das ich in der untoten Siedlung verpassen kann und da kannst du diese Rande die Wände mit dem Ring ok und und einen im Wasser einen im Pissierwasser das heißt dafür soll ich die Clute aktivieren ja aber wenn die Kasse da war die am Ende das lange Gang mit so einem Warnfahrer und da kannst du die Clute aktivieren am Ende war der welcher lange Gang meinst du die Gasse mit der Frau die auf mich schießt oh da ist das nächste Leuchtfeuer ja da die gehört dann nicht oh das hätte ich fast gefunden ach verdammt äh ja doch ach keiner ach man ich weiß nicht was man heute total gefluchen darf und was nicht ist verdammt überhaupt ist verdammt überhaupt ein Schimpfwort oder ein Fluch nein ok ja das waren die Fragen ich hoffe das Visuelle war nicht zu langweilig und ihr habt es rein äh äh vom Audio her gut verstanden jetzt möchte ich nochmal schauen äh wie sich der Axt so macht mit dem Schwernangriff ui ui ja ich führe mich an wie so ein Schmied mit jetzt die Claymore so so wie wir die effektiven Nutzer zu können weil er nicht mit beiden Händen gefüllt wird ja ok äh so so ah ich rolle schwer ok auf jeden Fall ok 1 1 2 3 3 4 ok äh und jetzt das schwere Angriff den habe ich ja vorhin schon mal probiert aber jetzt habe ich die Taste auf Q und jetzt was macht der oh er sticht sicht Garde garte äh Die Achsen? Wieso liegt die denn? 4? Das Schwert liegt auch hier! Oh! Okay! Ja, okay! Toll! Vielleicht sollte ich die Lurstrich Rittergamaschen zurück auf meine Rittergamaschen auswechseln, weil die sind einfacher und dann rolle ich auch leichter. So, bin ich wieder... So, so rolle ich wieder schwer, weil ich den Ring angezogen habe, deswegen... Gewicht 1.1, ach komm! Die Ringe wiegen unterschiedlich? Ja! Oh! Ach ja, du bist ja auch noch da! Äh... Oh! Ich verstehe! Aber die Items, die man in die Tasche gelegt hat, die wiegen nix! Okay! Äh, ja! Also, ich sollte... Das heißt, ich... ...weiter mit der Axt soweit spielen? Ja, ein bisschen maßen... Okay, aber das hat ja eigentlich schon Scaling... ...wenn ich... Äh... ...die die... ...die ja, sieh ich auch schon. Ach, deswegen, weil die Achse besser... Äh ... Weil das Schwert besser... Weil das Schwert hat... ...bessere Abwehrattribute, okay. Ja, wenn ich jetzt soweit nichts vergessen habe, 1 Stunde 10 Minuten, ähm, ich glaube, ich würde dann sagen, danke, dass du, was, danke, dass du erreichbar war, äh, ja, wie du vermutlich oder auch nicht schon gehört hast, werde ich vielleicht die unruhenden Siedlung alleine machen. Okay, viel Spaß dabei, verzweifeln wir nicht. Äh, okay, okay, ähm, habe ich noch was vergessen? Äh, ich kann nicht unter Druck denken, nein, ich glaube nicht, dann, ja. Danke fürs Zuschauen und, äh, äh, womit, ich brauche eine neue Geste, äh, äh, nach unten zeigen, winken, Freudensprung, Freude, äh, ich mach mal Freude. Hey, ja, hey, 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 yo, ja, das für die Super-Super-Folge, äh, eine Stunde und elf Minuten, zwölf Minuten. Äh, ich hoffe, die war nicht zu langweilig, die war informativ, ich habe Fragen geklärt, aber Moment mal, warum genau ist die Claymore gut? Ja, ich habe ein gutes Moveset, recht gutes Garnierung, gute Reichweite. Da ist die, wie im Urkurs ist, nach vorne zu testen. Kann ich eigentlich, wenn ich den Schild ausziehe, wenn ich die Hosen zurück wechsle und wenn ich dann das Cremor nehme, mit zwei Händen? Oh, ich habe ein Gewichtsverhältnis für unter 70 Prozent. Oh, das heißt, ich könnte mittelgut rollen? Nein. Also, ich könnte normal rollen und dabei gleichzeitig eine Cremor halten. Oh. Soll ich mal in der nächsten Folge versuchen, einen Cremor ranzumachen? Kann ich doch machen. Ach, Moment, den frage ich eigentlich. Ich habe keine Zuschauer. Ja, da passt das Heulen in der Hintergrundmusik ganz gut. Ich bin hier ein Blitz für dich. Wie bitte? Bin ich hier irgendwie ein Witz für dich? Du ein Witz für mich bist, äh... Am I a joke to you? No? Ich meine, ich bin ja immer noch hier. Man, das wird ungewohnt sein, hier ohne Schild zu kämpfen. Also, sag mal, die Quest-Lane von Yui, von Londor. Wie lange wird die dauern? Meinst du deine Quest-Lane? Oder die Quest-Lane, die mit dem Begonnen hat? Hä? Hä? Wovon redest du jetzt? Ich wollte die Folge beenden. Äh, okay. Warte mal. Die Quest-Lane, die ich abbreche, wenn ich dann die dunklen Seelen, nachdem ich das ganze Zeug hinter mir habe. 는 dü엔, äh...die dunklen Siegel...und ich die dann weg mache. Wie lange dauert diese Quest denn? Weil ich möchte nicht... Am Grund, warum du gespielt. Oh, und das ist doch egal, ob ich... Ach ne doch, Moment, ich sterb dann. Warte mal, was? Wie lange? Im Grunde ist eigentlich nicht viel, weil wie gesagt, du kannst mit der Quester eigentlich irgendwie das Ende kriegen. Wenn du die Quester abfliegen, kannst du aber auch ein bestimmtes Ende kriegen. Ist das ein gutes Ende? Ich meine, lohnt es sich dafür, als Rosine die ganze Zeit rumzulaufen. Meinst du mit dem Ende jetzt, dass es eine gute Tat ist, oder wie jetzt? Ist das ein Happy End? Ach, das kann man aber haben. Können wir sagen, ja, ist ein Happy End? Kann man aber sagen, dass das auf Spiel sein wird? Alter, was ist das für ein Spiel? Oh ne, oder? Wir kommen alle Achse los. Was hast du erwartet? Äh, nicht solche komplexen Sachen, die das ganze Spiel beeinflussen? Moment. Ja, ich hab aber nicht vor, die ganze Zeit als Rosine rumzulaufen. Du hast ja kurz von einmal sieht man das nicht wirklich. Ja gut, das stimmt, aber... Außen kannst du auch ganz einfach nicht sterben. Weißt du, weil ich hab mir gedacht, ob ich vielleicht so ein bisschen einen Claymore ran mache. Aber ich hab nicht vor, zu sterben, deswegen habe ich lieber vor, den Schild zu benutzen und abzuwarten, bis ich die Quest durch habe. Aber dass das ganze Spiel geht, habe ich es wiederum nicht vor, das ganze Spiel über eine zweihändige Waffe nie zu tragen. Verstehst du? Hm. Ich mein, ich will hier auch mal was zeigen. Hm. Und wenn ich jetzt nur, weil ich keine Schild habe... Ja, dann können wir mal den... so einen Ring tragen und... ... halt diesen Stein nutzen. Pulschenstein heißt der im Englischen. Was, mein Ring? Äh, ich weiß nicht, den kannst du dann später kaufen, wenn du durch diese Quest dann fortgeschritten bist. Was heißt fortgeschritten? Nachdem ich fünfmal gestorben bin, oder? Nachdem ich fünfmal gestorben bin, oder? Nachdem ich fünfmal gestorben bin, oder? Nachdem ich fünfmal verdient bin. Nachdem ich fünfmal verloren habe, kann ich das gut kaufen. Ach klar. Ach klar. Ich kann zwar dann... kaufen. Diese Steine, was waren das für Steine? Die kannst du dann kaufen... und den benutzen. Und wie viel kosten die? Irgendwie 3.000 oder so. 3.000? Warte mal, äh... Heben die alle Hülle-Leveln auf? Ja. Nein, ich meine, ein Seilenstein, der 3.000 Seelen kostet, hebt er alle Hülle-Level auf oder nur eine Stufe? Alle. Alle 91. Und das beeinflusst nicht hier die Erfolgswahrscheinlichkeit der Quest? Nö. Oh! Na gut, dann hatte ich ja überhaupt kein Negativ für mich. Ja. Oh! Okay. Ja, noch zwei. Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Der Ring, wie lange braucht es bis ich ihn bekomme? Dann kannst du mich halt in der nächsten Stunde kriegen, wenn du dich einfach selbst umbringst. Wenn ich mich was? Wenn du von der Klippe runter springst. 15 Mal. 15 Mal! Ja. Oder halt zwei Wochen vielleicht, ich könnte dann für Yoy wieder gehen. Ja. So. Ich mach gerade ein großes Gesicht, aber da sieht keiner. Äh. Ja, endlich. Ja. Blende dich vielleicht mal ein, was ich aber definitiv nie machen werde, weil ich habe keinen Geflücht. Entdeckt. Was? Du hast ja vorhin nur gute Selbstmachpunkte entdeckt. Die Brücke? Wohin? Die Klippe? Ich habe viele Klippen gesehen. Ich meine halt der zweite Unfall in der Untoten-Siedlung. Das ist ja direkt neben meinem Abgrund, wo man auch unter uns tut. Moment. Hat das Auffluss auf mein Spiel geschehen, wenn ich die bestimmte Anzahl Tote erleide? Nein. Achso, das wird am Ende nicht hier einem vor die Nase gehalten, dass man 99 Mal gestorben ist. Äh. Okay. Nur muss er die Milch haben. Ah. Du bist gestorben, du bist gestorben, du bist gestorben, du bist gestorben. Au. Warte mal, aber um dieses Sonderende zu bekommen, dafür brauche ich... Und dafür muss ich diese Tote haben? Ja. Das heißt, wenn ich so gut bin, dass ich kein einziges Mal sterbe bis dorthin, dann habe ich halt nicht die Wahl davon. Ja. Oh, das heißt, ich muss sterben. Ja. Äh, das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, ich kann es ja nicht sehen, einfach wieder aussammeln. Und außerdem ist es ja nicht so, als wäre ich aus Blödheit gestorben und das wäre dann absichtlich. Ich glaube, das wäre nicht so Let's Play High Score relevant, oder? Nee. Oh der ist ja nicht so. Woher der hat? Hoffentlich nicht weiter. Nein. Ähm. Okay. Trinkt der erstmal irgendetwas? Okay, dann würde ich sagen, äh... Danke fürs Zuschauen und ich hoffe diese super dupe extra Special Folge hat euch gefallen. Entweder lasse ich die so eine Stunde und 22 Minuten am Stück oder ich teile sie auf in kleinere Episoden. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, ich hoffe es war sehr interessant. Ihr habt auch interessante Infos und keine Spoiler bekommen so wie ich und ich hoffe das war auch so unterhaltsam wie es mich interessiert hat diese Fragen alle aufgeklärt zu bekommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.